Hallo, ich bin René vom Waffenhandel Becker und wir wollen euch heute den Karabiner 98k vorstellen. Aber keine Angst, nicht das hundertste Video, 98k zerlegen, sammensetzen und und und. Nein, ganz einfach, wir wollen euch die Waffe einfach mal zeigen und zwar eine Neufertigung. Und zwar genau diese. Wir schauen uns gleich noch ein bisschen näher an, aber man sieht jetzt schon eine sehr, sehr schöne Waffe und ich nehme es mal vorweg, ich bin super begeistert, war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber schauen wir uns einfach ein bisschen im Detail an. Ja, jetzt hier zu unserem Karabiner 98k, hergestellt von der Firma Schwabenarms, eine Neufertigung, wie hier unten schwer zu erkennen ist. Aber ich möchte ganz kurz mal anschauen, was mit dabei war, was mir dazu kam zur Waffe. Hier so ein Nachdruck, eine Vorschrift. Also ich mag das sehr, ich finde das sehr schön, auch wenn es Nachdrucke sind. Also das passt einfach zur Waffe, finde ich dazu. Also ist wirklich alles drin, alles schön erklärt. Mit den Begriffen, so wie sie zur Wenden waren, sind. Gefällt mir gut. Dann liefert hier die Firma Schwabenarms ein Anschlussbild dazu mit zur Waffe. Gemäß Herstellerangaben beträgt der Streukreis zwischen 25 und 28 Millimeter auf 100 Metern. Und es ist noch ein Waffenpass, hier ist eine Waffe mit dabei von der Firma. Und es wird nochmal darauf hingewiesen, dass die Waffe nach 5000 Schuss zur Inspektion eingeschickt werden sollte. Inspektionen dann kostenfrei. Was haben wir hier? Ein Reinigungs-Set ist mit dabei. Und auf der anderen Seite das Zugeputzzeug, die Kette, die Bürsten, der Pinsel, Öl. Ich finde die auch sehr schön, macht das ein bisschen komplett. Zur Waffe selbst. Also wirklich sehr schön. Sehr schöne Neufertigung. Hier im Kaliber 8x57 IS. Waffengewicht sind hier 4 Kilo. Gesamtlänge 1100 Millimeter. Lauflänge 600 Millimeter. Die Kontur des Laufes, der Originallauf, nachempfunden, also nachgefertigt. Ist ein kalt geschmiedeter Lauf, Züge und Felder. Matchlauf von Lothar Walter. Ist eine Nussbaum-Holzschäftung, wie man sehen kann. Mit einer hohen, sehr schön glänzenden, da ist ein bisschen verschmiert, Schaftkappe. Hier das Kurvenvisier. Alles sehr, sehr hochwertig, sehr schön. Also mir gefällt die Waffe ausgesprochen gut. Ja, ihr habt jetzt gesehen hier diese schöne Neufertigung eines Karabiner 98K von der Firma Schwabenarms. Die Waffe hat definitiv ihren Preis. Aber ich sage, so wie ich sie hier in der Hand halte und so wie ihr sie im Video gesehen habt, eine wirklich klasse Waffe. Und aus meiner Sicht ist dieser Preis tatsächlich gerechtfertigt. Also wenn ihr Interesse an einer derartigen Waffe habt oder einer anderen, meldet euch einfach bei uns. Seid ihr noch keine Sportschützen und seid auf dem Weg dahin und euch fehlt noch die Waffensachkunde, würde ich mich freuen von euch zu hören. Wie auch immer, ob wir uns bei einem Kurs sehen, bei einem Waffenkauf oder einfach auf der Schießbahn, würde mich freuen von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao. 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 Ciao.